Ferien-Gut-Waldblick, das bedeutet Wellness-Hotel mit Flair mitten im Nationalpark Bayerischer Wald. Genießen Sie Ruhe und Natur in unserem wunderschön angelegten Garten mit eigener Kneipanlage oder schlagen Sie ein paar Bälle auf unserem hauseigenen Kunstrasentennisplatz. Logieren Sie zum Beispiel im Turmzimmer mit Balkon, eigener 20 Quadratmeter großer Sonnenterrasse, Blick zum Nationalpark und auf die hauseigene Hotelparkanlage. Beim Abendessen können Sie aus zwei Dreigangmenüs auswählen. Viele Produkte stammen aus eigener Herstellung. Den Alltag hinter sich lassen, abschalten, eintauchen, loslassen. All das können Sie in unserer Wellnesslandschaft mit Fitnessraum, Wildwasserquelle, Sprudelbank, Whirlpool, Dampfbad, Sauna und Hallenbad. Übrigens mit Sohleklärung, also ohne Chlor. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in Einklang. Ayurveda, Shiatsu, Klangschalen, heißer Stein. Vereinbaren Sie Ihre Behandlungswünsche am besten gleich mit unserer Kosmetikerin. Der Golfclub im Nationalpark ist nur zwei Kilometer vom Haus entfernt. Hausgäste erhalten Greenfee-Ermäßigung. Wandern Sie auf Rachel oder Lusen und genießen Sie die herrliche Aussicht. Aber auch im Winter ist das Feriengut Waldblick einen Urlaub wert. Die Panoramaläupe ist 100 Meter vom Haus entfernt und bietet einen direkten Anschluss an das 120 Kilometer bestens gepflegte Läupennetz. Zwei Alpinskilifte für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es in unmittelbarer Umgebung. Das Feriengut Waldblick ist Sommer wie Winter eine Reise wert.